Warten auf Wolfgang Niedecken. Rund 500 Gäste wollten sich den Auftritt des Kölner Ausnahmekünstlers nicht entgehen lassen. Zum 60. Jubiläum und zur neunten Music Night der FRS Sylt-Fähre konnten auch die Wartezeiten die Stimmung nicht trüben. Bei dem Wetter ist das jetzt ja nicht unbedingt eine Strafe. Gab es ja auch schon andere Zeiten, wo dann eben Sturm und Regen waren und man da draußen nass wurde. Aber so, glaube ich, ist das auszuhalten. Die Vorfreude auf den literarisch-musikalischen Abend und die Dillen-Reise mit Kultmusiker und Multitalent Wolfgang Niedecken war riesig. Ein außergewöhnlicher Konzertabend für die Gäste und auch für Niedecken irgendwie eine Premiere. Auf der Fähre nicht, aber auf dem Schiff schon ein paar Mal. Aber zu meinem 60. Geburtstag hatten wir, wo es Gott sagt, auf dem Schiff, Rhein Energie, Köln, das Schiff. Hab mir aber nichts vermittelt. Ich hab mir die ganze Zeit gespielt. War schön und vor ganz vielen Jahren auch schon mal auf dem Schiff gespielt. Aber auf einer Fähre noch nicht. Und vor allen Dingen noch nicht von einem Land zum anderen. Wir fahren jetzt die ganze Zeit schon zwischen Dänemark und der Bundesrepublik hin und her. Die neunte Sylt-Fähre Music Night ist auch für den Veranstalter ein echtes Highlight. Also Wolfgang Niedecken, total sympathischer Künstler. Also bringt wirklich Spaß, mit ihm jetzt zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auch, dass nach den Corona-bedingten Jahren der Pause wir jetzt endlich in 2023 wieder loslegen können. Das ist das neunte Mal, dass wir diese Veranstaltung an Bord machen. Und ich freue mich riesig, dass wir auch dieses Mal wieder rausverkauft sind. Spannend ist ja, heute Wolfgang Niedecken, morgen war der Samal. Genau. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Zielgruppen, die man damit anspricht. Aber ich bin mir sicher, beide Abende werden Erfolg. Wolfgang ist heute angereist, Soundcheck war schon krasse. Gleich geht die Show los und morgen wird bestimmt auch klasse. Die Veranstaltungsserie wird von der Kurverwaltung List unter der Leitung von Kurdirektorin Maiken Neubauer organisiert. Die Künstlerorganisation und Begleitung erfolgt durch das independen Plattenlabel Hotel Van Cleef aus Hamburg. Ja, wir feiern zwei Dinge in diesem Jahr. Einmal 60 Jahre FAS Sylt-Fähre. Und Gruß Van Cleef auf See das neunte Mal. Wie ist die Stimmung bei euch? Dann lasst uns mal eine kleine Probe machen. Verdammt lang, Herr! Verdammt lang! Verdammt lang, Herr! Super! Ja, Corona überstanden. Ab heute möchten wir euch wieder jedes Jahr eine Musiknight anbieten. Schönen Dank an die Sponsoren. Rosia, Arousa, Flensburger Pilsener und ganz besonders Grand Hotel von Cliff und die Kurverwaltung List. Da wir jetzt auch ein bisschen spät dran sind, wollen wir auch gleich beginnen, sodass wir nach dem Act nochmal 25 Zugaben kriegen. So, denn lass uns Wolfgang Niedecken mit Begleitung am Piano Mike Herting begrüßen. Ja, gut sprich, wunderbar. Und? Seid ihr alle pünktlich gewesen? Oder warst du mit dem Zug irgendwas? Irgendwas soll hier immer im Zug sein, habe ich gehört. Ja, also, ich glaube, das wird kuschelig heute Abend. Ich habe mir schon das Hemd ausgezogen, T-Shirts, das geht auch so. Also, also, ich werde nicht alle sehen können und nicht alle werden uns sehen können. Wir können uns setzen. Wenn ihr euch setzen wollt, das wird wahrscheinlich auch problematisch. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir die erste BAP-Tour angekündigt haben, wo wir gesagt haben, wir bieten noch Sitzplätze an. Das war ein Riesentheater, wollten sie alle nicht. Jetzt wären sie alle froh, wir hätten Sitzplätze. Auch wenn die kleine Bühne nicht Platz für alle Gäste bot, konnte die Show auf zahlreichen Monitoren an Bord bequem verfolgt werden. Wir spielen jetzt erstmal zum Aufwärmen einen Song über eine chaotische Reise in eine verrufene mexikanische Grenzstadt namens Juárez. An einem verregneten Osterwochenende, wo so alles eigentlich aus dem Ruder läuft. Ein Song wie ein Roman von Jack Kerouac. Damit spielen wir uns jetzt erstmal warm und dann erkläre ich, was wir hier überhaupt machen. Jetzt spielen wir uns erstmal warm. Okay. Ja, ist an. Das war's. Cruise von Kleve auf See mit Wolfgang Niedecken auf einer literarisch-musikalischen Reise durch das Leben und Wirken von Bob Dylan. Ein in jeder Hinsicht gelungener und außergewöhnlicher Abend. Das Wetter spielte mit und der Ausnahmekünstler hatte nicht nur sichtlich Freude bei diesem besonderen Konzert, sondern freute sich auch darauf, erstmals die Insel Sylt zu erkunden. Das werde ich mir morgen alles, morgen und übermorgen, wir sind noch zwei Tage hier, noch irgendwie erkunden. Ich hoffe, dass wir gutes Wetter haben. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich kenne ja nur die Klischees. Und deswegen Klischees sind dazu da, dass man sie widerlegt. Mal gucken, wie es wird. Dass Wolfgang Niedecken in der Lage ist, sein Publikum mit seiner grandiosen Stimme, seiner Energie und klugen Gedanken zu begeistern, ist übrigens kein Klischee, sondern Fakt. Songs sind eben Träume. Und Wolfgang Niedecken machte sie auf der neunten Sylt-Fähre Music Night lebendig. Und Biano, ja sehr dank. Mike Haffig, sehr gut. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank.